Willkommen zur Kritik zu Zootopia, der bei uns Zootopia heißt aus rechtlichen Gründen. Leute erinnern sich vielleicht noch an Tomorrowland, der bei uns toll eingedeutscht werden musste zu A World Beyond. Wer auch immer die Idee dazu hatte, weil auch das glaube ich im europäischen Raum eben hauptsächlich ein, war es ein Musikfestival oder irgend sowas in der Art, gab, das sich eben den Namen Tomorrowland gecopyrightet hatte. Insofern musste man es umändern. Hier wahrscheinlich ein ähnlicher Fall. Es ist immer ein bisschen blöd, wenn ich dann in englischen Formen Zootopia lese und wir haben Zootopia hier bei uns. Das ist immer ein bisschen doof. Ich werde ihn aber in Zukunft auch Zootopia nennen. Der tatsächlich, nein nicht erste, aber einer der aller 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 wenigen Filme, vor allem aus dem Hause Disney, auch in Kooperation mit Pixar, einer der ganz wenigen Filme, die anthropomorphische Tiere beinhalten. Wie mir Leute näher gebracht haben. Das ist so ein Fakt, über den ich eigentlich gar nicht so nachgedacht habe. Von einem stilistischen Punkt her. Als Leute gesagt haben, oh was, jetzt bedienen sie da die Furry-Zielgruppe, wollte ich eigentlich schon vorrücken und sagen, ja aber. Und dann habe ich überlegt und gemerkt, die Leute haben recht. Was hatte Disney schon jemals an erneut anthropomorphischen Tieren zu bieten? Ich meine, berühmt-berüchtigt natürlich Robin Hood damals. Das war ja auch das große Gimmick von diesem Film. Ansonsten hat man das eigentlich immer relativ realistisch gehalten. Die Tiere konnten halt sprechen, okay, haben aber auch oftmals eigentlich immer interagiert mit Menschen, weswegen das dann relativ seltsam gewesen wäre. Weswegen man hier eben auch wieder keine Menschen hat, weil das seltsam gewesen wäre. Wenn dann sich Tiere auf einmal wie Menschen bewegen. Bloß kleiner. Insofern, was hatten wir schon eben großartig für Filme? Selbst wenn du irgendwie eben, wie in Filmen wie Ariel oder so, tierische Sidekicks gehabt hast, dann haben sich die jetzt nicht wie Menschen bewegt oder so, sondern man hat sie noch relativ animalisch gelassen in ihren Bewegungen. Selbst wenn wir Filme haben von Seiten von Pixar, wie jetzt beispielsweise eben Findet Nemo. Das ist keine Anthropologie oder was auch immer dann das Nomen dazu ist, sondern sie bewegen sich entsprechend wie Tiere. Wir hatten Chicken Little, den kennt aber wahrscheinlich kein Mensch mehr. Insofern, ja, tatsächlich einer der wenigen Filme, der diese stilistische Richtung einführte jetzt. Vor allem eben unter dem Disney-Haupt-Animationsstudio. Hat mich jetzt erstmal nicht so geruckt, denn meine anfängliche Befürchtung war eben so, wie es von den Trailern aussah und ich befürchte auch, weswegen viele Leute diesen Film meiden werden. Ich möchte noch nicht sagen, zu Recht oder Unrecht, Leute sollen das im Verlauf der Kritik selbst entscheiden, dass dieser Film eine typische Buddy-Cop-Komödie werden würde. Praktisch jedes von Shane Black geschriebene Lethal-Weapon-Skript ever. Du hast diesen Cop und er will unbedingt ein Cop sein, hat sich das schon als Kind gewünscht und geht ganz nach Vorschrift und macht alles, was ihm die Chefs sagen, praktisch by the book. Sieht aber selber ein, dass es irgendwann Bullshit ist, bekommt diesen großen Fall aufgetragen, auch aus der reinen Frustration heraus, befördert sich selber so ein bisschen rein, findet dann diesen Sidekick, eventuell irgendjemanden, den er von der Straße aufgabelt, der halt dann Street-Savvy ist oder wie ich es nennen soll, der halt versteht, wie die Straße und wie die Deals da draußen funktionieren. Leute merken auch an dieser Stelle schon, yeah, Lethal-Weapon und überhaupt Buddy-Cop-Komödien, auch eventuell in einem gewissen Stil von so Sachen wie Stirb langsam 3. Das könnte man jetzt auch, ich glaube, Stirb langsam 3 war ja ursprünglich geplant als eine Lethal-Weapon, also Folge möchte, aber als ein Lethal-Weapon-Film. Und das merkte man auch. Also in diesem Stil möchte man jetzt nicht unbedingt meinen, dass da ein Disney-Film unterzeichnet wird von den Chefs und sagen, ja okay, das machen wir, das ist eine gute Idee, sowas auf Kinder loszulassen, praktisch Verbrechen und Drogen und Gewalt und, aber sie haben es gemacht. Ob das jetzt grundsätzlich eine gute oder schlechte Sache ist, denn ich muss Ihnen auf jeden Fall attestieren, Sie haben das super umgesetzt. Also das geht auf jeden Fall durch als ein entsprechender Film in diesem Genre. Sie haben sich da auf jeden Fall Mühe gemacht, ich muss Ihnen attestieren, der Plot war vor allem für einen Kinderfilm sehr clever geschrieben, fast teilweise schon ein bisschen zu clever. Das ist vor allem gegen Ende hin, was ich noch ohne Spoiler besprechen werde, geht es fast, glaube ich, ein bisschen zu sehr über die Köpfe von Kindern. Aber ich muss Ihnen das echt lassen, also es ist gut geschrieben, Sie haben die Charaktere eben gut aufgebaut, genauso wie ich es eben beschrieben habe. Wir haben eben diesen Hasen, der sich da durchsetzen muss und gegen viele Vorurteile und eben Cop werden will und da von den Chefs getriezt wird, und dann findet sie eben diesen Fuchs, mit dem sie noch so ein bisschen so eine alte Rechnung zu begleichen hat und lotst ihn dann so mit. Sie werden dann Freunde, merken, sie sind ein gutes Team. Es gibt dann halt so einen gewissen Ausfall zwischen den beiden, was sozusagen das Missverständnis mal wieder, wie es in all diesen Filmen, aber auch all diesen Kinderfilmen immer der Fall ist und dann reißen sie sich dran zusammen im dritten Akt und ich werde da eben nichts vorweg geben. Also das muss jeder an dieser Stelle für sich selbst entscheiden. Ich möchte dem grundsätzlich keine Wertung geben. Fand ich das gut? Hat mir das Spaß gemacht? Nein, weil ich habe das schon hunderttausend Mal gesehen. Aber es war super umgesetzt, vor allem für einen Kinderfilm. Haben sie da genauso die Linie gefunden zwischen, okay, ab hier ist es düster genug, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Comedy einführen. Das war super. Also ich muss diesem Film da auf jeden Fall Professionalität anrechnen. Das war super gemacht. Von der Skriptschreibe her und auch eben von den Animationen her, dass man es eben nicht zu realistisch, nicht zu düster machte. Das hat alles super gepasst. Das hat alles wirklich super funktioniert. Insofern in Sachen Vorurteile. Ist das der große Punkt des Films, der die Leute überzeugen will? Es ist ein Film, in dem geht es bis zu einem gewissen Grad tatsächlich um Rassismus. Eine aktuelle Debatte. Den Film kann man auf jeden Fall damit einführen. Tatsächlich, also das meine ich jetzt, ich meine, es klingt unglaubwürdig, wenn du jetzt sagst, wow, man kann jetzt von einem Kinderfilm was über Rassismus lernen. Aber es ist tatsächlich so. Vorurteile eben mit diesen, okay, wir haben jetzt Raubtiere und wir haben, womit es leider eben schon ein bisschen durch diese Stereotypie verwässert wird. Wir haben eben praktisch die Fluchttiere und wir haben die Raubtiere. Insofern ist klar, es ist ein Kinderfilm. Ich habe auch da einiges dran auszusetzen. Ich werde zum Ende hin das noch ein bisschen weiter elaborieren, wie sich dieser Film gegen Ende hin so ein bisschen selbst verwässert. Aber das war erneut. Es ist eine Leistung, die muss ich dem Film tatsächlich anrechnen. Dass wir wirklich lernen, oh, praktisch die Fluchttiere schmieden da so ein bisschen eine Agenda gegen die Raubtiere so untereinander in der Gesellschaft. Es gibt da Animositäten, wie zum Teil diese Tiere dann gescholten werden, wie als wären sie jetzt eben von einer anderen Rasse oder was auch immer. Es wird da zum Teil sogar ein bisschen rumhantiert mit, oh, Genetik und Biologie und so. Das waren dann schon so Gefilde, wo ich mich schon so ein bisschen gefragt habe, so, das jetzt wird es ein bisschen crazy, so etwas in einem Kinderfilm zu bringen. Aber wie gesagt, es wurde gut gehandelt und wie gesagt, es hat gute Ideen, wie es das Kindern näher zu bringen hat. Dass praktisch, hey, wir können überall diese Vorurteile, jetzt eben auch in der Rasse wirklich, also nicht nur, dass wir uns jetzt irgendwie nicht mögen und der war total blöd zu mir, sondern dass wirklich Vorurteile gegenüber ganzen Rassen herrschen, können wir uns trotzdem vertragen, können wir das trotzdem irgendwie ausarbeiten. Es ist trotzdem schade, dass wir uns nicht vertragen, weil es muss eigentlich gar nicht sein. Wir haben entweder einfach zu viel unbegründete Angst, wir müssen das überkommen, wir müssen selber in uns stark sein. Das war wirklich alles vollkommen gut und okay umgesetzt. Was jedoch offensichtlich sein sollte, um jetzt auf, ohne zu spoilern, jetzt so ein bisschen auf das Ende des Films so hinzuarbeiten, nur um so grundsätzlich die Moral zu besprechen, ohne dass ich jetzt Plotpunkte vorweg gebe. Es war wirklich eine tolle Idee, dass der Hauptplot ist praktisch, wir haben ein paar hauptsächlich oder eigentlich exklusiv nur Raubtiere, die werden aggressiv, die drehen total durch. Die haben eben nicht mehr diese Anthropologie an sich, sondern werden jetzt richtige wilde Tiere und passen gar nicht mehr in unsere Gesellschaft und begehen da Gewalttaten. So praktisch okay, das ist wie wenn jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt eben wie beispielsweise in Köln, oh jetzt datiere ich mich aber hier mit der Kritik, jetzt eben diese Vergewaltigungs- oder sexuelle Nötigung, was auch immer Fälle entsprechend haben und dann natürlich auf die Ausländer gezeigt wird. Genauso hier ähnlich wird ein Fall kreiert, dass man praktisch sagt, ja okay, das sind alles Raubtiere, wir sehen hier keine Fluchttiere, die solche Gewalttaten begehen. Ist natürlich auch ein sehr begrenztes Fantasieland dann, in dem das stattfindet, wo keine Fluchttiere dann solche Gewalttaten verüben. Das ist auch vor allem so ein Punkt, auf den ich dann kommen möchte. Aber wie gesagt, das war richtig ein cleverer Kommentar. Das war super umgesetzt, das ergibt Sinn in dieser Welt und ist ein super gesellschaftlicher Kommentar. Also ich meine, wie gesagt, das muss ich dem Film eben auf jeden Fall anrechnen. Was mir aber, als ich merkte, dass dieser Film es einführte, sofort klar war, war, dass sie das komplett revidieren würden am Ende. Und genau so war es. Praktisch, oh, diese wilden Tiere haben sich nicht selber dazu entschieden, diese Gewalttaten zu begehen, sondern sie wurden, ich meine, das gebe ich jetzt mal vorweg, sie wurden praktisch unter Drogen gesetzt. Also falls Leute, keine Ahnung, so was vielleicht ihren Kindern irgendwie nicht antun wollen, Tiere unter Drogen. Und insofern, oh, sie konnten alle nichts dafür. Und hier kommen die zwei Punkte, was für mich das Problem mit dem Film ist, warum ich ihm keine 7 von 10 gebe, sondern eine 6 von 10. Freudscher Versprecher hier an der Stelle. Ich gebe ihm eine 6 von 10. Er war wirklich okay. Ja, ich habe das schon alles hunderttausendmal gesehen. Aber es war ein kompetent gemachter Film mit einer ordentlichen Message, die leider am Ende komplett aus dem Fenster geschmissen wird, wie es praktisch in so gut wie jedem Kinderfilm ist. Das Problem ist halt eben einfach nur, wie gesagt, du nimmst diesen Tieren, die Gewalttaten begehen, nimmst du die Entscheidungsfreiheit. Praktisch, oh, es war alles nur ein Missverständnis. Oh, das war der große Böse dann da am Ende. Das ist schon mal ein Problem. Praktisch diese Message, dass, oh, keiner von uns ist grundsätzlich böse. Und das stimmt. Das ist auch auf jeden Fall folgend dem Beispiel oder dem Grundsatz, jeder ist der Held seiner eigenen Geschichte. Niemand steht mit dem linken Fuß am Morgen auf und denkt sich, oh, heute bin ich ein ganz böser Typ, weil mir ist danach. So funktioniert die Welt nicht. Und das ist richtig. Aber nicht so simpel. Und das andere Problem ist, dass dieser Film eben so eine Welt aufbereitet, wo sich alle lieb haben, wo doch eigentlich alles super laufen könnte, wo die pure Harmonie herrscht. Und das ist das Problem, wo das nicht mehr funktioniert mit dem Menschen. Ob Leute das realisieren oder nicht, egal wie viele tausend Jahre entsprechend der Mensch schon hinter sich hat und wie sehr er eigentlich diesen evolutionären Sprung hinter sich ließ, jetzt von Mammuts zerstampft und von Wölfen zerfetzt zu werden und jetzt an der obersten Stelle der Nahrungskette steht, sind wir immer noch in einem Prozess des Aussortierens. Der Mensch ist immer noch ein Affe. Leute brauchen nur in den Zoo gehen und dann besteht kein Zweifel mehr daran, dass der Mensch vom Affen abstammt. Es ist immer wieder lustig, immer mit anzusehen. Dass wir natürlich schon Harmonie suchen, das ist durchaus richtig, ich meine, klar, aber genau wie Affen, nur in unserem eigenen Pack. Und die anderen Affen, die vom Fußballklub da drüben, Uh, das sind die Bösen. Und das ist heute immer noch so. Der Mensch ist biologisch nicht darauf veranlagt, ein altruistisches, insektenartiges System an Harmonie und Produktivität zu bilden. Das ist nicht der Mensch. Aber so wird es hier dargestellt. Und das ist der Punkt, warum ich eben diesem Film keine sieben gebe, sondern sechs. Dieser Film ist sicherlich ordentlich für Kinder. Und ich würde, also wenn Leute daran interessiert sind, was eben Disney so macht und was, jetzt wie gesagt, Disney hier geleistet hat, wirklich so einen großen Schritt voranzugehen, wirklich Leute zu konfrontieren mit ein bisschen mal härterem Zeug, was ihm sicherlich viel Box-Office kosten wird, das garantiere ich Leuten. Oder vor allem auch Wertungen von der Elternseite her. Das wird ihm viele Pluspunkte kosten. Aber dieser Film, mal davon abgesehen, dass ich jetzt komplett den Faden verloren habe, aber wie gesagt, dieser Film wird irgendwann seine Gültigkeit verlieren. Unter Kindern, die diesen Film hoffentlich gut finden. Ich hoffe, das macht Kindern Spaß. Das wäre super, das mal in Erfahrung zu bringen. Wie gesagt, ist das Kindern jetzt zu abgefahren, ist ihnen das zu düster? Oder das wäre mal interessant, weil es war eine echt faszinierende Mischung, dieser Film. Aber dieser Film wird irgendwann nochmal laufen bei Kindern, die dann erwachsen sind. Und merken dann, hey, der Film ist voller Haufen Bullshit eigentlich. Und das ist der Unterschied zwischen solchen Filmen, denen ich sieben von zehn oder sogar acht von zehn gebe. Wo ich sage, sowas wie beispielsweise Frozen oder ähnliches. Das sind alles so Filme, die beackern ein allgemeingültiges Thema. Die versuchen sich nicht in so ein aufwendiges Distelnest zu sitzen, wie jetzt hier Zumania. Sondern die nehmen ein bisschen leichtere Themen. Weißt du, ich meine jetzt eben in Frozen, Schwesterliebe, die eigenen Unzulänglichkeiten zu überkommen, Leute nicht auszuschließen. Das ist alles ein bisschen leichteres Gedöns, mit dem sich solche Disney-Filme da beschäftigen. Und das ist okay. Das ist vollkommen okay. Du kannst trotzdem großartige Filme draus machen. Aber wenn du so ein hartes Thema anfasst, dann erwarte ich da auch ein bisschen mehr. Ich meine, ich möchte es dem Film auf jeden Fall anrechnen, dass er das so professionell beackert hat, wie nur irgend möglich, dieses Thema. Ob es jetzt zu einem Kinderfilm passt, das will ich jetzt gar nicht beurteilen. Das soll jeder selbst für sich entscheiden. Aber mein Problem ist, dass irgendwann werden ehemalige Kinder diesen Film anschauen und entgegen solchen Sachen, wie jetzt eben beispielsweise, ich weiß nicht, gut, Toy Story ist jetzt ein bisschen, das ist jetzt eher so eine Abenteuer-Story, aber entgegen solchen Sachen, wie jetzt eben beispielsweise Inside Out, entgegen solcher Sachen, wie eventuell, ja, bei Monsters Inc. haben sie aber auch das gebracht, mit dem Bösewicht dann am Ende, der an allem schuld ist. Ähm, aber, ähm, trotz alledem, du hast eben solche Sachen, wie Inside Out, WALL-E, eventuell, wie gesagt, wirklich so Filme, die, die, ähm, lehren dich wirklich was, wo du nachher immer noch dastehst und sagst, ja, das hat immer noch Gültigkeit, das ist wirklich eine super Lektion, die kann ich mir heute noch zu Herzen nehmen. Und das geht mit dem Film leider nicht. Äh, irgendwann hauen Leute diesen Film nochmal rein und merken, mh, das, 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 das funktioniert nicht. Äh, ich geh jetzt, ich geh jetzt trotzdem das Asylantenheim anzünden. Okay, der war fies, ich überleg mir, ob ich das raus, nein, nein, ich hab mir eigentlich einen Namen gemacht für wirklich, wirklich fiese, derbe Witze mittlerweile. Ich cut das nicht raus, weil es, ich wette, ich wette, es gibt, es gibt, es gibt sicherlich Leute, die die Ironie nicht kapieren oder die, die sich eben nicht bereit sehen, sich dessen zu erwehren, was wir Menschen nun mal sind. Schauen Sie sich diesen Film an, kapieren eventuell sogar die Message, finden ihn ganz gut, finden es Unterhaltung, gute Unterhaltung für ihre Kinder, zünden trotzdem Asylantenheim an. Ich bin mir sicher, das ist, das ist die Dualität des Menschen, wie man es so schön nennt, in der Metaphysik. Und, das, ja, erneut, und das ist, das ist so ein bisschen das Problem, aber es ist, es ist eine nette Angelegenheit für Kinder. Und ich find's cool, dass Disney sich sowas getraut hat und das so professionell durchgezogen hat. Weil man könnte jetzt auch argumentieren, oh ja, aber, aber The Fucking Good Dinosaur hat das auch probiert. Yeah, aber das Skript wird von Haufen betrunkener Halbaffen geschrieben. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Und das ist ein professionelles Produkt. Und es war nahe dran, eine 7 zu kriegen. Es hat nicht ganz gereicht, weil, weil ich will diesen Film nie wiedersehen. Es war okay, es ist ein One and Done, aber das war's dann auch wieder. Deswegen, 6 von 10 Punkten. Sorry, zieht euch aus der Kritik raus, was ihr könnt.